Hier wohnen ganz viele auf ganz wenig Raum. Es geht immer noch um 100.000 Euro. Hier wird alles klappern. Die Leute werden richtig Hunger bekommen. Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Das ist ein bisschen. Und wer gibt auf? Fischgeld. Get the fuck out of my house. Donnerstag, 20.15 Uhr. Pro 7.